Guten Morgen. Für James sind die Häschen hier im Gebüsch sehr viel interessanter. Nach Unwetter, nach Wolkenbrüchen, nach Ausscheiden bei der EM und zurzeit stürmen nach dem Urlaub wieder alle Aufgaben gefühlt gleichzeitig auf mich ein. Da kann ich Stärkung gebrauchen. Vom heiligen Patrick von Irland gibt es starke Worte. Er ruft die Dreifaltigkeit an und verbindet sie mit den Elementen. Das heißt das Schutzschild oder die Lorika. Ich erhebe mich heute durch eine gewaltige Kraft, die Anbetung der Dreifaltigkeit. Ich mache mich auf den Weg, dem Schöpfer zu begegnen. Gottes Macht, halte mich. Gottes Weisheit, leite mich. Gottes Weg, liege vor mir. Gottes Schild, schirme mich. Ich erhebe mich heute, Kraft der Himmel, Kraft des Lichtes der Sonne, Kraft des Glanzes des Mondes, des Eilens, des Blitzes, des Sausens. Ich bin schon saust, hier James, des Sausens des Windes, der Festigkeit der Erde. Ich erhebe mich heute, Kraft der Geburt Christi, Kraft seiner Kreuzigung, Kraft seiner Auferstehung. Ich erhebe mich heute durch eine gewaltige Kraft, die Anrufung der Dreifaltigkeit. Ich erhebe mich auf den Weg, dem Schöpfer zu begegnen. Macht ihr euch auf euren Weg. Seid mit Gott und schöpferisch und alles Liebe für Angelika und Günther zu ihrem 42. Hochzeitstag heute. Seid behütet und hier kommt der Sonne Licht für euch. Seid behütet und hier kommt der Sonne Licht für euch.